Sooo, und, ähm, ja, willkommen in der letzten Part, Mario Sunshine, mit dem ich am Part nicht ganz kümmer finde. Das ist wirklich im Stream. Vor sechs und eine halbe Stunden, ein Fat Blue Coin-Psycho so kurz, auch nur noch Blue wie sie kann. Viel Zeit, als bei Bowser der Felser Revengerin. Ähm, an dem ich meine, ähm, sorry, an dem ich mal ein bisschen fertig mache. So, ähm, dürfen wir uns gleich bei Mount Corona. Das kann ich mal zusammenfassen, mit dem ich mal Blue Coin-Psycho war. Ähm, ja, ich bin eigentlich bei ihm. Ich, äh, ja, bin heute im Video selber, dass der Köln ist im Stream. Ähm, echt, meine Skill müssen auch vielleicht größer werden, obwohl der Stream noch nicht gerade, äh, das Gelbe von euch war. Also, aber dann spricht hier nochmal so dafür. Fängt schon zu geben. Ähm, ähm, auch selber wird man eigentlich schon wirklich ultra lang, wo man halt ist, wenn man in der Post-File auf Blue Coins muss schon noch mehr aufpassen. Gott sei Dank. Ah, naja. War witzig. Also, im Stream sollte man auch wenn man mit rausherrn würde. Das hat aber Spaß gemacht. Boah, hattest du nicht. Ähm, ähm, nee, 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 nee. Ja, war enjoyable. Aua. So, den U. Also, per, äh, in der Brüche und voila. Wenn er 119 scheint, ist das auch cool, du bleck. Ähm, ja. So, Laura. So, kein Problem. Bam. Äh, nee, hold on. Ähm, ist das Dome, das ist das Dome, das ist das Plaza de la Palma. Und, oh mein Gott. Na ja, äh, wie auch immer. Gehen wir mal gucken. Ich hoffe, die Nase bleibt nicht gesparscht. Ich bin nicht gut, du mundialst trocken. Ich spreche heute mal da herunterruhen. Gehe Running. Ich will immer sagen. Komm, ich komme jetzt raus. Schlimmrschen. Wir suchen mich heute. Wann, wir gehen alles braun. Ich hab schon Croceptor. Bitte, bitte, bitte. Uff Gott. Das ist genau miraculous. Na ja, Ja, ich hab schon die Platze nicht gemisst, irgendwie. Das Wort war witzig mit den Blu-Cons. Das war der Groom. Aber bis die Nugstein kommen wird. Mittlerweile sind wir in einem Surf-Nogged-Road. Füllen wir in einen Dextra-Strayer-Front. Ich hab gesagt, wir haben einen Ation zu einem Surf-Nanker gestorben. Wir haben gekocht, oder? Ne, ich mag es nicht. Ich will die globale Falle-Positionen mehr jucken. Wir können mal volle Ruhe. Nein, das ist so. Nein, das ist so. Das ist so. Mario! Mein Gott. Hallo, 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 hallo. So, bis dahin. Mario, ja. Nein, nein, nein. Hoó, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo! Ah, ich dachte, gar nicht so. Das ist schade. Das ist einfach, wenn wir ihn wieder haben. Okay, wo wir zuerst machen? Thought mal eine Angeinesprache. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mama mia! Okay, gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stelle mich daran, dass die Handeln bei anderen sind. So, warum? Ich war einfach, dass wir ein bisschen riski. So. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Fisch. Ich könnte ihn hindecken, aber bestimmt. Das werden sie nicht durch. So. Andere. Andere. Okay. Okay, okay. Oh mein Gott, mein Gott. Gut. Nein. Sonst wäre es nur ein halbes Verspann. Wenn ich einfach durchflaschen gebe, aber auch ein Killer gebe, das wäre auch normal. Oh mein Gott. Boah, das wird sich quasi abbaus. Entschuldigung, wir passieren auf das hin. Quasi am Funk. Oh nee. Nee. Wir gehen in die Stacheln fahren. Amma mia. Okay, ich muss zurückgehen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich der Pacht habe. Und das ist schon ein bisschen spät. Oh mein Gott ist auch ein bisschen spät. Aber ich muss zurückgehen. Und das ist schon ein bisschen spät. Wie geht es zurück? Das ist schon ein wenig. Ich kann auch nicht mehr rauskommen. Ich kann den Bord nicht einfach schützen. Okay, okay. Ich kann auch nicht mehr rauskommen. So ... Oh, mein Willow ist der Fisch! So, mal kommt schon rüber. Also, dann kann ich sparen. Das ist so easy. Ich werde die Reflation. Und dann hast du das Auffallen. Oh mein Gott. So, und dann... Das war das für mich. Bluecoin ist kein Schalter, aber im Halter sind schon zu blöde Putsch. Damit sich nicht mehr so schnell schütteln. Aber die Reflation ist nicht so auf den Aufkommen. Das ist auch mein Navigation. Weil auch immer so sehr bemächt. Und ich hab's nicht gut gemacht. Und du kannst nicht weichverwurzen. Du bist in der Weih, aber ich hab's nicht weichverwurzen. Ich hab's nicht weichverwurzen. Warte, wie du das? Mein, aber du hast ja immer viel gesucht. Das ging ja spannend. Ich bin ja nicht spannend, okay? Opa, ne, kann ich jetzt so ausgleichen. Nee, 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 nee. Du kannst mal rüber. Warum hier kann ich schon bisschen zu fliegen ein bisschen halt diese Algo-Hannen nur richtig gefährlich Oh und danach bin ich voran, ich habe auch keinen Angst Homemphreie Fuck Taubeut, stehen darf noch Sooo Denen haben wir eine Toilette gerade Oh, die ist hier schon richtig weiter Die haben nicht nur das spürst wie die geht, wirkkleineine Erklärung gefunden Oh, nein. Okay, wir haben da noch ganz gut schon mal Wasser rechargen. Wo war eine 1-Up? Das ist interessant, ob das eine Griebe ist. Wo war eine 1-Up-Death-Ware? Okay, wir wollen das jetzt zicken. Wie fair. Oh, nein. Oh, okay, noch nicht. So. Nee, Mario. Bro, was musst du? Spar, lec, 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 lec. Also, ich darf so nicht mehr sparsvolle. Let's go, lec, 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 lec. Nee. Okay, gut. So. Und auch so den Schwerpassverkrieg von Zing Pei. So. Du bist voll armiert. Du bist die Wolke, das ist schauiert. So, oder? Voila. Oh, nein. Das geht ja alle interessant, ne? Okay. Okay, jetzt muss ich auch. Wie war das noch mehr, der Buskang? Was war das passiert? Und dann? Nicht sterben? Nee. So. Andere noch Fahrer frei. Okay. Das ist sehr verkrieg. Mach noch 4 weitere Male. Okay. Okay. Bro. Oh, no, no, no. Du kannst knappe Sachen. Oh, mein Gott. Du willst nicht mehr. Oh, nein, 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 nein. Wie gesagt, der Buskang was pretty much starrt. Wie soll ich dann? Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr überlegen. So. Egal, ob ich mir da zu energieren. Ich darf nur mehr da zu hochfahren. Also, zu energiert. So, andern. Du bist halt nicht nach vorne mit dem Weg vorgehen. Ich habe schon ein paar Drittel. Aber du bist jetzt halt bei euch. Oh, nein. Ich habe auch noch ein bisschen aufgeholt. Oh, nee. Oh mein Gott, das wird nie Blut und das Bild kann ich nicht mehr Alter, das wird schon verraten, aber egal So So On the rope, on the Abnex-Geschaut Mario Mario, look! Junior, I've got something difficult to tell you about Princess Peach. I know, she's not really my mama. Someday, when I'm bigger, I wanna fight that Mario again. That's right, boy. Well put, son. The royal Koopa life is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. The vacation starts now. Oh, that's only credits. That was cool, let's cut it. I'm sure I can buy the exclusive Alchheims. I'm sure. Ah, why do I not? I don't know if you have a special scan of Alchheims. I'm sure I've got a full sequence of games. So, here's what we are going to do. I'm sure we're going to play some games. I'm sure we're going to play some games. I'm sure we don't play any games. I'm sure we're going to play some games. So, you're going to play some games. Wir können dann halt sehen, die Echtwelt, Montebianco, die war, ja, halt, die war fein, auch nicht mein Favorit. Pico Harbor, also Porto Doro war halt, ja, die war auch halt cool. Boah, da sind halt viel Wasser, aber relativ normal. Rippwald von Vilato Beach. Ich glaube, ob man, äh, da hast du noch die Einrichtung, aber das ist mir da wirklich nicht sicher. Vilato Beach war ziemlich cool, war enjoyable? Boah, Sonnenvogel, keine Ahnung, Leute, gleichschneid euch schon in Beziehung für Stripe, das ist noch ein Problem. Ich denke, Blueconnend, oder? Oh, damn, das ist ein Quatsch rum, rüber. Äh, ich guck nur blöd, ob es könnte. Angenehmen Restwillow. Ich meine, ich bin schon das erste Vakanz, für die Leid die Schuld, wo nicht. Wir holen da einfach so, so suchen wir Vakanz, dauert noch ein bisschen, leider. Ja, du hast alle Insignen in der Sonne gesammelt, möchtest du speichern? Ja, bitte. So, und das ist die 120. 120. Voila. Was, äh, du bist? Nein, du sagst um die Cutschen, hi. Bist du nicht? Ich weiß nicht. Cool und ich denke, cool so, du. Insignen. Aber die Angst hier, als Delfino, Plaza, Schein, Bola, Ferch. 120. Boah. Boah. Blue Coins sind noch mal crazy, nicht? Nee, keine Ahnung, ob das bist. So, ähm, was ist das? Ich probiere, ob ich das nicht weiß. Ich weiß nicht. Ich habe 120 schon gut geschrieben. Das ist ja so, Mario A. Das ist nicht das, was ich für die Rankin vielleicht für Asko. Das ist nicht das, was ich für die Rankin vielleicht für Asko. Das ist nicht das, was ich für die Rankin vielleicht für Asko. Ey, das ist eine Hammer, du. Oh, mein Gott. Aber ich schlafe noch, wenn ich etwas mag, wenn ich über den Last schwarzen vielleicht. Gelato Beach war relativ gut gefallen am Anfang, also der coole Strand. Dann haste Parco Portuna, also Pinner Park. Der war wirklich das Lieblingsmarkt für viele Leute. Er ist schon so wirklich gefeiert. Das ist mein Favourite. Ja, ich gehe vor so an. Das war Serena Beach-Verzockung am O-Tal und so. Dann Fennefeld Fahrrad und Funkan-Shuttle High, willst du nur gucken. Wenn du fährst und er bleibt, soll war Gelato Beach. Lido Sirena, ja Sirena Beach war das dann am O-Tal. Aber ich dachte, ich freue mich, dass ich ein bisschen falsch mache. Ich war ja im Paradies, also ich weiß, dass ich ihn eh nicht an den Lok gegangen bin. Ich kann ja auch hier hören und da auch hören. Kann ich mich nicht mehr hören? Oh mein Gott, die Palme. Die bringt mich auch ein paar auf. Äh, ja, voilà. Besser, kann ich Peach vielleicht schnell irgendwo einen Trapp und Schüsse, ne? Das wäre interessant zu wissen. Ich gucke noch, ob ich Schüsse am Stand. Ich habe geladen zu Schwingtbruch vielleicht. Ähm, Pinner Park. Wie gesagt, war auch mein großes Favorit. Weil die eigentliche Sünde mich mega getriggert wird. Das ist nicht der Fall, das ist... ...nach.. ...nach... ...nach... ...fahre... ...fahre... ...nach... 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 ...ähm... ...nach... ...nach... ...CHUM... ...KLINAHUELS! ...Nach... ...ich war cool, wenn man wohlklaue, aber es ist schwer, wenn man nur die Rinds. Dann sind wir lang und herumgelabt. Oh, nach hier... ...pjörze Delfine heute hat mir auch den Yoshi drüber gehauen. Es wird ewig gedauert. Naja... Ähm... Dann die nächste war aber Bayer-Paradise offiziell drin. Bayer-Paradise, nur die Blue-Coin. Oh mein Gott. Ich habe selbst aus der Geschehn auch ziemlich cool gemacht. Hätte mir auch gefallen am Anfang. Oh mein Gott, die Blue-Coin. Ich kann nicht mehr. Die haben aber wirklich wegen Lier ins Grab geklaut. Ich kann nicht mehr. Ähm... Du hast jetzt wieder Blitz zurückgegangen. Du sagst, dass die ganze Stadt durchgesorgt wird. Ich bin absolut sicher. Ja... Ähm... Dann holst du... Nächstfalls... Ja, genau. Das ist die Casa de la Palma. Auch cool. Die Leute sind oft gestört. An dem Untergrund. Also, auch noch General. Ich fand, dass ich mich... Rikido hatte. Boah, das ist auch die letzten drei Dinge. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, dass es viele Du-Gestalt ist. Äh... Ohne, ich habe noch mal. Aber ich habe noch eine kleine Maut. Also hier bin ich noch ein bisschen. Oh, das ist mir schwer. In der Regel, der wird ja noch viel Schil. Wir kennen das nicht. Boah, ich habe mich mit diesem ersten Mal. Ich habe noch ein bisschen Pico, aber das war... Das war wirklich das Schlimmste mit Aufstand. Ich glaube, es wird nicht schlimm. Keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen, die können wirklich besser gemacht werden. Okay, du bist fair. Ich spiele auch hier. Das wäre uns ganz schön. Ich würde nicht sagen, ich fand Grafel, das ist mega stark. So. Ich spiele das mehr als ich. So. Und das sieht aber auch crazy aus. Ich würde wirklich schon voll damit. Ähm. Ja, es sind halt Sachen. Auch die Blue Coins ist wirklich. Es ist so gelammer, wie die haben sie verstopft waren. Fürsache Kane, die sich vielleicht dankbar und wirklich spürst du siehst. Ja, es ist einfach nur ein Mond und so. Nein, da ist so eine Brille aus. Nichts auch ganz gut. Nein. Oh mein Gott, so gut, hat schon lange keiner mit der Brille ausgesehen. Stimmt, du kannst dich auf der Shirt. Ich wollte schon noch ein Schiez zu. No. Jetzt haben wir wirklich schon ein Drillpark. Oh, das ist auch noch etwas in derص浪質. Äh. Ja, keine Ahnung, ich finde das alles, was über das Spiel zu suchen geht. Nicht mein Favorit 3D Mario, ich geb's immer das, das ist wahrscheinlich noch Mario Odyssey oder Mario Galaxy. Ach, vielleicht sogar Mario Odyssey, das gibt's Gottlike. Ähm, wenn du auch schon lange nicht gespielt wurde, so kann ich jetzt rauskommen, die Parapunkt zu BRC, obwohl das so viel Potenzial hat. Ne, das ist ja keiner gespielt. Ähm, mehr, aber das Spiel schon nie gespielt gehabt, wirklich schon Lootpunk. Ähm, werd mal gut an Erinnerung bleiben. Lootcoins, klar, muss ich sagen. Nee, keine Ahnung, was wir enjoyen, wird auch challenging, was ich wirklich für das Spiel auf der Haut rum ist. Denn das ist einfach eins, du... Oh. Das ist einfach so einfach so. Das ist so einfach. Zum Beispiel, ich spiel gerade Mario Bros. Runde, das Spiel, das... So, ich spiel für 200 Titel und hinterher so wegschnapp. Niveau für 1. Tance, die Parzweifung ist immer so mehr Satisfying, was die Top-Aps. So, Handsue auch in der Top-Aps, hab mich gefehlt. Voila. Boah, das sind ja schon mal im Labor. Geschwinkt die Patsch von 24 Minuten. Dann schlug eine Bowser besiegt. Und sind irgendwie auch von Corona rauskommen. Ich glaube, das ist einfach so schön. Und damit... Also, ich glaube, das Schein geht. Steine für aufzuschließen. Arme, das ist echt näher. So ein bisschen. Steinsapra Heiner. Oh, alles gut gefangelt. Ja. So. Okay, dann... Nächster Let's Play zu gucken. Falls Leute bisher eine U-Kommenservice betrachten. Nächster Let's Play. Das dauert ein Monat. Das ist ein Programm. Von den anderen Leuten. Auch als TCG-Openings. So können ein bisschen snappes. Ich muss gucken, wo ich dann kein Let's Play kann auf dem Brandratschen im Zeitplan hier gesehen. Ähm... Nee, ich küsste in seinem Post. Das... Das sieht daran gut. Mal besser so. So... Ja... Wir sehen uns nichts. Let's Play weiter. TCG-Openings. Wie auch immer. Und ja... Machst du viel geduld wegsch. Mario hat doch schon keinen Bock mehr. Digit habe ich schon ein paar Kons. Nur die Blue-Kons. So wirst du... Ähm... Ja... Dann... Ich spasse viel gucken. Von allem her. Und wir sehen uns dann... Ja... Ja...